Guten Tag, die Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 13. November. Leichtes Unwohlsein bei diesem Datum, Freitag, der 13. Aber ich glaube, Christen können da ganz ruhig sein. Alles, was uns so aus diesem Bereich ängstigen möchte mit Unheilsprophezeiungen, das kommt an das Glück, das uns verheißen ist und die endzeitlichen Schwierigkeiten, die uns bevorstehen, an keiner Seite heran. Also keine Sorge, ein Tag wie jeder andere, ein Tag des Herrn. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch, von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn, wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete, wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Ja, die Fragen der Jünger, wann ist das genau, Herr? Wo ist das genau, Herr? War schon vorgestern mal. Und da sagt der Herr immer dasselbe. Euch steht es nicht zu, Fristen und Zeiten zu wissen. Wenn jemand sagt, hier ist es, dort ist es, da müsst ihr hin, jetzt geht's los, lauft ihnen nicht nach. Und deshalb auch so eine rätselhafte Antwort, die die Exegeten bis heute irgendwie dumm dastehen lässt, auf die Frage, wo werden diese endzeitlichen Ereignisse sich ereignen. Wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Ich meine, das Entscheidende steht vorher. Wenn der Tag des Herrn kommt, ist dann nicht mehr Zeit, sich groß vorzubereiten. Deshalb habe ich mich mal hier in meine Ausgehemontur hingesetzt mit Mantel und Baskenmütze. Also das, was wir brauchen, um dann mitgenommen zu werden und nicht zurückgelassen zu werden, nicht ein Fraß für die Geier zu werden. Das parat haben, beieinander haben, auf dem Kiviv sein, damit rechnen, dass die Dinge dann sehr schnell gehen. Das sind uns der Herr immer wieder an und in diesen Tagen, wo es zu Ende geht mit dem alten Kirchenjahr, kommt das immer öfter vor dem Advent. Ich glaube, es geht natürlich nicht um Hut und Mütze, sondern es geht um eine innere Haltung. Ich würde mal so sagen, von dem, was uns an Leben gegeben ist, nichts ungelebt lassen, von dem, was uns an Liebe aufgetragen ist, die wir einander immer schulden, nichts ungeliebt lassen, von der Schuld, die uns im Weg steht, unserer und die der anderen, nichts unverziehen lassen und um jede Versöhnung uns bei Zeiten bemühen und so leben, dass es, wenn es auch schön wäre, wenn es weiterging, auch jeden Abend zu Ende sein dürfte und wir dann bereit sind und mit dem Herrn, wenn er die Tür aufmacht, mit hineingehen können. Zu dieser Bereitschaft und Wachsamkeit und Achtsamkeit Dazu segne der Herr Sie alle.